BP Audiobooks präsentiert Wie macht man weiter, nachdem man die Liebe seines Lebens verloren hat? Dieser Frage musste sich Maddie stellen, als sie ihren geliebten Mann vor einem Jahr bei einem schweren Schicksalsschlag verlor. Jetzt kehrt sie in ihre Heimatstadt Cotton Village zurück, wo ihr kleiner Sohn auf der idyllischen Alpaka-Farm ihrer Schwiegereltern auf sie wartet. Ihm soll ab jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit gelten. Womit Maddie als allerletztes rechnet, sind die Gefühle, die der neue Tierarzt Atlas in ihr weckt. Dieser hat sich bereits mit Leo angefreundet und scheint perfekt in ihr neues Leben zu passen. Doch ein Neuanfang ist nicht so einfach, wenn man die Vergangenheit nicht loslassen kann. Maddie ist noch nicht bereit, ihr Herz vollends für Atlas zu öffnen und muss zudem an das Wohl ihres Sohnes denken. Außerdem trägt Atlas selbst ein Geheimnis mit sich herum, das ihre zarte Beziehung für immer zerstören könnte. Gibt es eine Chance für ihre Liebe? Ein Teil meines Herzens von Cassia Biber DP Audiobooks Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden möchten.